Hallo liebe Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video des Sternbadehof. Heute wieder zur Monatsvorschau für den Juli 2021. Wir verwenden wie immer die freie Software Stellarium zum Darstellen des Nachthimmels, die ihr euch selber auch kostenlos unter stellarium.org herunterladen könnt. Im Juli sind die Nächte leider immer noch sehr kurz, das heißt man muss recht lange aufbleiben zum Beobachten, allerdings werden jetzt die dunklen Stunden auch wieder länger, das heißt so im Laufe des Monats verschiebt sich das Ganze ein bisschen für den Astronomen in die richtige Richtung sozusagen. Ja, es ist sozusagen am Anfang des Monats so, dass wir nicht aus der astronomischen Dämmerung rauskommen, das heißt bei unseren Breiten wird man gar keine richtig hundertprozentig dunkle Nacht haben, das macht aber nichts so, in der zweiten zwischen 0 Uhr und 2 Uhr morgens kann man trotzdem zum Beobachten raus und so zum Ende des Monats wird sich das etwas in Anführungszeichen bessern, da ist es dann gegen 0 Uhr tatsächlich richtig dunkel und ungefähr bis 3 Uhr früh, ja auch komplett finster. Ja, mit dem Mond verhält es sich diesen Monat so, wir beginnen quasi gleich am ersten des Monats mit dem letzten Viertel, das heißt der Mond ist abnehmend, abnehmender Halbmond und ja eher sozusagen in der zweiten Nachthälfte zu sehen, am 10.7. ist dann Neumond, das heißt der Mond ist überhaupt nicht beleuchtet von uns aus gesehen, also nicht am Himmel sichtbar und das erste Viertel ist am 17.7., also der zunehmende Halbmond und am 24.7. haben wir dann wieder den Vollmond erreicht. Ja, auch diesen Monat gibt es wieder einige schöne und spannende Begegnungen vom Mond mit anderen Gestirnen am Nachthimmel und die wollen wir uns gleich mal anschauen. Es beginnt quasi am 12. bzw. 13.7. in der ja Abenddämmerung. Dort wird man tief am Westhorizont, dazu muss ich hier wieder meinen Horizont ausblenden, den Mond zusammen mit Venus und Mars am Nachthimmel, äh am, ja in der Dämmerung sehen, Nacht ist es noch nicht wirklich, aber so in der Zeit, so ab 22 Uhr wirklich tief am Horizont sieht man hier Venus, Mars und die schmale Mondsichel am 13. des Monats ist der Mond leider schon wieder ein ganzes Stück weg, aber die Mondsichel ist etwas mehr beleuchtet, das kann man sich auch nochmal anschauen, ob das vielleicht auch ganz gut zum Beobachten ist. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, da ein Fernglas zu verwenden, da die Mondsichel echt noch wirklich schmal ist. Venus wird man in der Dämmerung wahrscheinlich erkennen können, den Mars allerdings nicht. Aber ihr seht schon, Venus und Mars stehen auch sehr nah beieinander, das ist dann durchaus auch was, was man vielleicht mal mit einem kleineren Teleskop versuchen kann, sich mit etwas höherer Vergrößerung anzusehen. Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr horizontnah, das heißt, es bleibt auch nicht so viel Zeit, bevor diese Konstellation untergeht. Der Mars, der verschwindet jetzt tatsächlich endgültig vom Nachthimmel. In den letzten Monaten war er ja eigentlich auch nur noch sozusagen als schmückendes Beiwerk für solche hübschen Konstellationen und Begegnungen mit anderen Planeten oder mit dem Mond, ja gut zu sehen. Teleskopische Beobachtungen auf der Oberfläche vom Mars sind jetzt nicht mehr sinnvoll, weil das Planetenscheibchen einfach mittlerweile viel zu klein geworden ist. Ja und dann zum Ende des Monats, am 24. können wir auch am Abendhimmel, ich blende mal wieder den Horizont ein, den Mond beobachten. Wie vorhin schon erwähnt ist da Vollmond, das heißt, wenn es dunkel wird, geht der Mond auf und zusammen mit dem Mond sehen wir den Saturn und den Jupiter. Ich gehe mal noch eine Stunde vor und da kann man jetzt dann über die ganze Nacht sozusagen diese schöne Dreierkonstellation, ja Richtung Süden, Südosten beobachten, eben sozusagen rechts oberhalb vom Mond den Saturn, der schwächer leuchtet als der Jupiter, der sozusagen links oberhalb vom Mond stehen wird. Ja und da kommen wir dann sozusagen gleich zu den Akteuren, die wieder auf der Himmelsbühne auftauchen. Wie gesagt, der Mars verschwindet jetzt endgültig, aber jetzt kommen langsam die beiden Gasriesen Jupiter und Saturn wieder zum Vorschein. Das heißt, ihr seht schon, jetzt zum Monatsende gehen beide, ja gegen 23 Uhr schon auf, beziehungsweise haben da schon eine Höhe erreicht, wo man sie gut sehen kann. Wer ein Teleskop besitzt, für den beginnen dann jetzt wieder die spannenden Beobachtungen vom Saturn und vom Jupiter. Den Saturn, der ist natürlich immer wunderschön zu sehen mit seinem aktuell noch gut geöffneten Ringsystem. Auch im kleinsten Teleskop mit entsprechender Vergrößerung kann man den Ring vom Saturn erkennen. Also wer vielleicht irgend so ein Kaufhausteleskop so ganz einfaches hat und das vielleicht auch großartig nicht benutzt hat, einfach mal versuchen, den Saturn einzustellen und etwas vergrößern. Den Ring werdet ihr auf jeden Fall erkennen. Ja und am Jupiter ist natürlich hier besonders charakteristisch, ja, seine beiden dominanten äquatorialen Wolkenbänder und die vier sogenannten galiläischen Monde, die wir hier am 24. tatsächlich auch schön aufgereiht sehen. Hier Callisto, Europa, Ganymed und der innerste Mond Io. Ja und die Jupitermonde bewegen sich natürlich auch um den Jupiter selbst herum. Das heißt, ab und zu kommt es zu Bedeckungen der Monden oder die Monde ziehen vor dem Jupiter vorbei oder werfen eben ihren Schatten auf die Planetenoberfläche. Und da möchte ich kurz den 29. des Monats hervorheben. Gehen wir mal hin. Sozusagen Jupiter ist eingerannt von Europa und Ganymede. Aber wenn wir jetzt hier etwas näher heranzoomen, dann sehen wir schon, dass, ja, Callisto und Io vor dem Jupiter vorbeiziehen. Also man hat hier die Möglichkeit, zwei Monde vor der Jupiterscheibe zu beobachten. Das Ganze ist natürlich nur im Teleskop möglich, mit bloßem Auge und Fernglas natürlich nicht. Und so im Laufe der Nacht, ich gehe mal noch eine Stunde zurück, werden die beiden dann über die Jupiterscheibe vorbeiziehen und dann im Laufe der Nacht ist auch der große rote Fleck sichtbar. Das ist leider hier im Stellarium falsch dargestellt. Also der große rote Fleck ist im Prinzip die ganze Nacht über auf der Jupiteroberfläche zu sehen. Wir lassen das Ganze jetzt mal etwas schneller in Zeitraffer verlaufen. Ihr seht, der Io bewegt sich mit seinem Schatten über die Jupiterscheibe. Hier seht ihr die Zeit mitlaufen und der Callisto, der lässt sich etwas mehr Zeit. Und ja, wie gesagt, die Darstellung ist hier falsch. Der große rote Fleck müsste eigentlich schon vorher auftauchen. Ja, und zum Ende der Nacht verschwinden dann wieder die Monde vor der Jupiterscheibe und tauchen dann auf der sozusagen vor dem Nachthimmel wieder auf. Also wer Teleskop hat, der 29. bzw. der 30. ist ein ganz interessantes Datum. Es gibt noch viele mehr solche Mondereignisse, aber das ragt halt etwas heraus, weil man hier eben, ja, zwei Monde gleichzeitig vor der Jupiteroberfläche sehen kann. Ja, dann möchte ich euch noch den ein oder anderen, ja, Beobachtungstipp geben, wenn ihr so den Nachthimmel abseits der Planeten anschaut. Jetzt, wenn es dunkel ist, so gegen 0 Uhr und wir Richtung Süden blicken, dann steht die Sommermilchstraße wunderbar hoch am Nachthimmel, also halt so hoch, wie sie bei uns 50 Grad nördlicher Breite überhaupt kommt. Wir haben hier im Süden das schöne Sternbild Schütze und oben drüber das unscheinbare Sternbild Schild und dann kommt der Adler und dann geht es weiter zum Schwan quasi direkt über uns im Zenit. Ich möchte euch heute, ja, vier Objekte eigentlich vorstellen, die man auch mit dem Fernglas erkennen kann und dazu zoomen wir hier mal ein bisschen rein. Unser erstes Objekt ist keines solches als per se. Ihr seht hier schon, das ist ganz schön dargestellt, hier so eine Aufhellung im Milchstraßenband. Das ist, ja, M24, die kleine Sagittariuswolke. Das ist jetzt kein Sternhaufen oder ähnliches, sondern das ist einfach ein Teil vom Sagittarius-Spiralarm unserer Galaxie, den wir zufälligerweise, ja, überhaupt sehen können. Normalerweise ist der Kernbereich unserer Milchstraße durch viel Staub von uns aus gesehen verdeckt und, ja, wird halt stark abgeschwächt. Und hier gibt es eben einen Bereich, da ist halt nicht so viel interstellarer Staub da und man kann halt einen Teil dieses Spiralarms sehen als, ja, als Aufhellung, als Wolke in der Milchstraße. Dazu müsst ihr natürlich immer an einem dunklen Ort sein, um, ja, die Milchstraße überhaupt sehen zu können. Aber so im Fernglas ist das auch eine schöne Sache. Ich blende euch auch mal ein Foto ein, das mit 50 mm Brennweite aufgenommen ist, allerdings unter einem sehr dunklen Himmel auf La Palma. Aber auch von unseren Breiten aus lässt sich der Bereich wirklich gut fotografieren. Ihr seht auch dort auf dem Foto tauchen noch M8 und M20 auf. Die soll es heute nicht gehen. Das ist eigentlich so, hebe ich mal auf für den August, aber die könnt ihr natürlich auch beobachten, jetzt schon im Juli. Ja, und dann gehen wir einfach von der Sagittariuswolke etwas Richtung Norden und dann treffen wir hier zuerst auf diesen Nebelfleck. Das ist der sogenannte Omega- oder Schwanennebel, auch Messier 17 genannt. Den könnt ihr bereits auch im Fernglas recht gut sehen. Wie gesagt, ich gehe immer davon aus, dass ihr euch an einem dunklen Himmel befindet und, ja, im Teleskop eines der eindrucksvollsten Nebelregionen, die man am Nordhimmel überhaupt beobachten kann. Ist ungefähr wie alles, was wir uns jetzt gerade anschauen, so im Bereich zwischen 6 und 10.000, äh, verzeigen, ja doch 6 und 10.000 Lichtjahre von uns entfernt. Und alles bewegt sich so um die sechste Größenklasse, also theoretisch noch mit bloßem Auge sichtbar, aber da es sich um ein ausgedehntes Objekt handelt, wird das schon schwierig. Ja, mit bloßem Auge denke ich eher nicht machbar. Aber mit Fernglas ist wirklich als kleiner, schöner Nebelfleck erkennbar. Ja, und wir gehen weiter Richtung Norden. Das seht ihr schon, hier gibt es einen größeren Nebel. Der ist allerdings auch schwächer als der Schwanennebel. Das ist der berühmte Adlernebel. Warum ist der so berühmt? Hier sieht man es schon etwas angedeutet. Hier gibt es eine, ja, ähm, ja, eine, eine Gas- und Staubwolke in dem Nebel, eine Verdichtung, in der neue Sterne entstehen. Und da gibt es ein berühmtes Foto vom Hubble-Weltraumteleskop. Ähm, das blende ich euch auch mal ein. Das nennt sich Säulen der Schöpfung, ist im Laufe der Zeit mehrmals aufgenommen worden. Hier zeige ich euch mal ein aktuelles Bild, oder halt relativ aktuelles Bild mit dem Hubble-Weltraumteleskop und daher eigentlich auch ein sehr bekanntes Objekt. M16 bezeichnet eigentlich den Sternhaufen, der in den Nebel eingebettet ist und jetzt nicht, ähm, den Nebel selbst. Ähm, der Sternhaufen ist mit dem Fernglas aber auch schon als verwaschener Fleck gut sichtbar. Der Nebel, naja, ist dann etwas schwieriger. Ja, und dann als viertes Objekt möchte ich euch noch zeigen, hier im, ja, unscheinbaren Sternbildschild. Da sieht man tatsächlich eher die Schildwolke hier, also wieder so eine, so eine Aufhellung in der Sommermilchstraße und hier zwischen Adler und Schild fänden wir den wunderschönen offenen Sternhaufen M11 oder auch Wildentenhaufen genannt. Blende ich euch auch mal ein Bild ein. Und ja, das ist ein sehr kompakter offener Sternhaufen, der auch sehr hell ist und im Fernglas sofort als, als ja kleiner Knubbel sozusagen auffällt. Im Teleskop auch ein wunderschönes Objekt. Hat sehr, sehr viele Sterne für einen offenen Sternhaufen, ungefähr 3000. Das ist eigentlich ja schon eine große Anzahl und ist auch ungefähr so 6000 Lichtjahre von uns entfernt. Ja, und damit, ähm, möchte ich eigentlich schon schließen. Es gibt natürlich immer noch viele Sachen zu beobachten, die ich euch auch im, ja, Juni gezeigt habe. Also die ganzen Kugelsternhaufen hier, ne, M13 und so, ist immer noch sichtbar und auch, äh, ja, andere Sachen wie im Pfeil oder, ähm, ja, der M27 hier oben im Füchschen. Schaut einfach mal das, das letzte Video dann auch nochmal an. Da gibt es auch zum Schluss hin ein paar Tipps für Deep-Sky-Objekte. Ja, und dann zum Schluss möchte ich noch auf was anderes eingehen, und zwar in der Dämmerung kann man jetzt im Juli, äh, manchmal die sogenannten leuchtenden Nachtwolken beobachten. Das sind so bläulich-weißlich leuchtende, feine, äh, Wolken, ähm, die, ähm, in der fortgeschrittenen Dämmerung, teilweise auch in der Nacht, dann im Westen und im Norden, ähm, meistens horizontnah bei uns sichtbar werden. Das ist nicht jede Nacht so der Fall, das kommt immer ein wenig darauf an, wie da die Verhältnisse sind in der Atmosphäre. Ähm, ja, normalerweise zu dieser, ähm, Uhrzeit sind Wolken dunkel, das heißt, die werden nicht mehr von der Sonne angestrahlt, aber diese leuchtenden Nachtwolken, das sind ganz feine Eiskristalle, die sich in ungefähr 80 Kilometer Höhe bilden, und dort, ähm, werden sie eben von der Sonne noch beleuchtet und können dann eben auch von uns gesehen werden in solchen, ja, bläulichen Schleiern, ähm, wie ihr auch jetzt auf den eingeblendeten Bildern seht. Vor zwei Jahren gab es da mal einen sehr großen Ausbruch, da konnte man die tatsächlich bis über den Zenit hinaus sehen, aber normalerweise am Norden- oder Westhorizont einfach mal, ähm, schauen. Und da braucht ihr auch kein optisches Hilfsmittel oder ähnliches und lässt sich auch sehr schön mit der Kamera fotografieren. Ja, mit den leuchtenden Nachtwolken, ähm, verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren eigenen Beobachtungen und, ja, bis zu einem nächsten Video, der Sternwarte Hof. Auf Wiedersehen.